hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble ich bin heute für auf die nach dem ticket und heute habe ich das spiel west game ich werde das spiel mal starten und dann gehen wir mal los hier da ist ein roter punkt dann kommen wir da was da so aufbauen gratis ok der ist auch gratis dann müssen wir mal gucken alles unter uns ist doch cool dass wir von der zeit hören und 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 Hier ist nice, aber die Augen schwellen sind zwei. Oder auch hier. Ein bisschen verwöhnt durch den Raumschlaf. Das war's. Kein Holz und kein Stein. Okay. Natürlich würde ich hier auf bilden. Da ist noch einer. Dann ist er auf drei. Ah, Schnellöffel. Kein Holz. WIP. Staaten. Allianz. Er hat mich rausgeschmissen. Klar. Na ja. Wie lange war ich nicht online? Zwei Monate. Da haben wir noch einen. Okay. Halt easy. Okay. 47 Mails. Da ist bestimmt auch was Schönes drinne. Sofort ansehen. Nein. Okay. Verfassen. Nein. Verfassen. Wir müssen das jetzt rückschreiben. Wollen wir nicht. Alla glücklücklücklücklücklücklücklücklücklücklücklücklöschen. Allianz. Okay. Beitreten. Zack. Neutritt. So einfach geht das. Helfen. 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 Zwei. 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 Sechs. Verwendet. Umbindelend. 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 30 Minuten VIP. Eine Mail wieder. Von Allianz. Schauen wir mal, ob wir jetzt weitermachen können. Ein bisschen Klaufer. Da ist schon viel. Den habe ich auf zwei gemacht. Oh, das wird geholz. Ist doch sowieso alles umsonst. Ah, jetzt kostet es. Es ist vorbei. Aber egal. Eine Minute wird auch so gut. Ah, jetzt wird es mehr. Das war wieder umsonst. Von der Zeit, ja. Die Minute geht auch noch bei mir mit Klaufer. Gut. Ah, hier ist noch ein Moment. Okay, jetzt haben wir es sowieso von der Zeit gelegt. Einlösen. Drei Minute. Dankeschön. Wir haben da. Der Zug einlösen. Und da haben wir noch. Ach, hier haben wir jetzt. Geht nicht mehr. Gut. Geht also nur bis hier. Hier ist Kalknaus. Wir haben aber auch hier. Hier ist auch noch ein paar Punkte. Huch, damn. Dann kommt es wieder hier dran. Dann kommt das wieder hier dran. Dann kommt das wieder dran. Dann kommt es eine kleine Kalknaus. Dann kommt es wieder an den Kalknaus. Okay, 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 okay. Und wieder drei Skipppunkte. Nice. Ein Bauernhof. Na gut, dann bauen wir einen Bauernhof halt. Mal 8 bis hoch, bis nach 5. Okay, voll mal. Da hat er noch ein Bauernhof. Okay. Steine. Und geht klar. Noch ein Stein hoch. Okay. Mal auch gleich ein bisschen mehr Level hoch. Das habe ich auch schon mal erlebt. Eine Quest, da kann ich noch mal von der Gilde eine nehmen wahrscheinlich. Ich bin noch nicht. Allianz, heute noch nicht. Okay. Wirst du bei euch da eben? Ich bin noch mal ein Skillpunkte. Oh, ich läuft es ja mal richtig gut bei mir. Wieder zurück und wieder restliche Sachen einlösen. Okay. Nice, nice, nice. Was haben wir jetzt noch? Holz. Holz. Holz-F susceptible. Holzfälzer flagger. Ja. Krassotten mal da. Ähm. die und die stufe erreicht Dann noch einmal was einlösen. Die nächste Mille machen wir jetzt auf, auf. Gratis. Und die nächsten Mille. Die nächste Mille verändert sich das ein bisschen. Okay. Einlösen. 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 10, 20, 50, 100, kein Problem. Überspringen wir also. Was haben wir hier? Ein Erforschen. Schauen wir den erstmal. Lauf wieder schon fertig. Was erforschen wir jetzt? Geh nicht. Lande in den zweiten. Hilfe! Oh, was ist denn da? Okay. Da war noch ein Juncker. Also ich bin jetzt gerade bei... Level 6 ist das hier, ne? Ich muss mein Stadtzentrum auf Level 6 machen, damit ich das kriege. Ja, irgendwann mal. Ja, irgendwann mal. Hallo Boss, lange nicht gesehen? Ja, fast gar nicht mehr hier. Da 있어요. Ja, da ist das, was der Torsten nicht immer vertreibt? Oh mir ist das. Als ob digitally warst, ist das gegenüber der gelernt, haben wir ja nichts? Oh weia, ich hab geblinzelt. Ich glaub, das war der. Das war für Suche noch. Ach je. Oh, der falsche. Noch einmal. Schon wieder falsche. Na gut. Kein Problem. Kann ich mitleben. Dreimal richtig kapfen. Okay, dann, was muss ich jetzt noch machen? Schmied auf 5. Muss ich erst mal warten bis... Ah, das ist noch nicht kapfen. Oh, das ist noch mal. Ah, ich muss noch nicht mehr ab. Ach, ich muss noch nicht mehr ab. Ach, du bist noch nicht mehr ab. Lupe brauche ich nicht. Ausbilden. Ausbilden. Ich brauche Materialien. Um Materialien zu holen muss ich in ein Bildnis gehen. Hier bin ich und hier ist aber ein Gegner. Ich kann dich nicht angreifen. Ich muss erst Level 1 holen. Okay, Level 1. Wo bist du? Da ist Level 1. Angriff. Schnell. Angriff. Okay, guter Platz. Jetzt kann man. Da lebt ja noch. Habe ich schon auch noch gewonnen. Na ja eigentlich muss er gewonnen haben. Hier steht Plus, hier steht Minus. Aber jetzt noch nicht da oben. Da kommt nochmal angriff. Maximal angriff. Ich fange es auf maximal an. So, geht doch. Geht doch. So, jetzt kommt er hier dran. Erforschen. Geht nicht. Und dann nehmen wir den. Erforschen. Ach so. Ich muss erst in mein Dingens, in meine Akademie erforschen, dass ich Level 2 angreifen kann. Da brauchen wir wahrscheinlich eine andere Kampftechnik für. Die ich so noch nicht kenne. Na gut. Haben wir geschenkt. Haben wir geklärt. Ich weiß Bescheid. Was man hier. Bei Kampf, Sperr und Tempo, hm, naja, egal, Falle, Scherif, und das geht erst auf Level 19, ok, ich bin 15, nice, dann werde ich mal sagen, ich bin hier, ausbilden, den Mörfer, achso, ich trainiere im Moment schon, oh, warte mal, na, fertig. Sollte ich upgraden oder was schmieden, schmied auf Löwen von Upgraden, ok, haben wir auch. Bitte, wenn ich, dann geht's! Sollte ich bei Kampf, k拜拜, was schmieden, wieder die Ohne, die Geweichung und die Zufr und die Geweichung. xD halbe stunde geschlossen in sechs tagen und 19 stunden abrufen das geht die drei hier steht ich arbeit am rosa bei allen das gleiche oder Ok, ich habe es verstanden. Und ist das Level 1? Gut, 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 gut. Alles ok hier. Ja, ich würde mal sagen, das war's für heute auch schon. Ah, hier kann ich das Gebäude upgraden. Dann ist dieses dran hier, zack. Hilfe. Und das war's. Ich habe alles gemacht, was ich machen kann. Keine Ahnung, was ich jetzt noch machen könnte. Ich könnte noch, warte mal, ich brauche Getreide, habe ich 60.000, das reicht. Ich könnte noch die Leute aus Farmen gehen. Ich glaube, das darf ich schon. Wo bin ich denn? Was ist denn mein Haus hier? Ah, jetzt bin ich drin. Da, 20 Kilometer entfernt. Da bin ich. Ok. Und dann werde ich mal Stein, Eisen. Was bedeutet das hier? Ich muss ja auch erst erforschen. Da geht's sogar. Dann muss ich das auch erst erforschen. Muss ich das auch erst erforschen? Dann muss ich. Oder Eisen. Besetzen. Schnellauswahl. Schnellauswahl. Ja, tun wir besetzen. Kriegsteine aufgesetzen. Ah, ich darf noch einen losschicken. Wie lange dauert das? Dumm, 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 dumm. Alles, sag ich jetzt mal unten rechts in der Ecke. Wie weit dann fertig bin. Ok. Es dauert 30, 12 Minuten. Ein paar Sekunden. Gut, dann würde ich mal sagen. Jetzt bin ich auch für heute fertig. Und beende das Spiel. Und sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich werde mein Ticket holen. Drücke mir die Daumen, dass ich bald wieder was gewinne. Ich habe auch wieder was gewonnen. Ich könnte es verlosen. Zurzeit nur keine Zeit. Also bis dahin. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.